Wir sind jetzt im Lustgarten angelangt und stehen damit im ehemaligen Privatgarten der Hohenzollern, der einst mit zum Stadtschloss gehörte. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde hier eine Durchgangsstraße angelegt, die den einst so engen Bezug zwischen Schloss und Garten zerriss. Zu diesem Zeitpunkt war der Lustgarten aber schon längst zum öffentlichen Raum geworden. Das lag insbesondere an König Friedrich Wilhelm III. In seinem Auftrag entstand das alte Museum am nördlichen Rand des Gartens. 1830 öffnete es seine Pforten und gilt somit als eines der ältesten Museen Deutschlands. Es präsentierte vor allem antike Skulptur und Malerei verschiedener Epochen. Mit der Schaffung des Museums reagierte Friedrich Wilhelm III. einerseits auf das Drängen von Berliner Gelehrten, die einen öffentlichen Ort der Künste als Bildungsstätte forderten. Andererseits wollte er seinen Untertanen danken. Diese hatten 1813 bis 1815 in den Befreiungskriegen große Opfer gebracht, um die napoleonische Herrschaft im Königreich Preußen abzuschütteln. Nach dem Sieg über Frankreich konnte der König auch seine Kunstschätze, die ihm Napoleon geraubt hatte, aus Paris zurückholen. Doch anstatt sie wieder in seine Schlösser zu bringen, ließ er einen Teil davon im Museum am Lustgarten für jedermann zugänglich ausstellen. Mit der Schaffung des Gebäudes hatte er Karl Friedrich Schinkel beauftragt. Dieser Architekt war ein Virtuose, der verschiedene Stile wie den Klassizismus und die Neugotik originell handhabte. Beim alten Museum zeigt sich seine Begeisterung für die griechische Antike, gepaart mit innovativen Ideen. Der Bau mit der eindrucksvollen Säulenhalle war an sich schon ein Schmuckstück und bot ein reizvolles Gegenüber zum Schloss. Die nachfolgenden Könige bauten die Kunstsammlung kontinuierlich aus, sodass bald Raumnot am Lustgarten herrschte. Der architekturbegeisterte König Friedrich Wilhelm IV. entwickelte ab 1841 zusammen mit dem Schinkelschüler Friedrich August Stühler die Idee eines großen Museumsbezirks. Von der Akropolis inspiriert, sollten tempelartige Bauten, Wandelgänge und Gartenpartien hinter dem alten Museum entstehen. Das war die Geburtsstunde der Berliner Museumsinsel. Stühler entwarf mit dem 1859 eingeweihten Neuen Museum und der alten Nationalgalerie, die 1876 eröffnete, zwei großartige Musentempel. Ernst von Ine folgte bis 1904 mit dem Bode-Museum und Ludwig Hoffmann vollendete schließlich das Jahrhundertwerk 1930 mit der Fertigstellung des Pergamon-Museums. So finden Sie ein einzigartiges Ensemble von fünf Museen, das als UNESCO-Weltkulturerbe höchste Anerkennung genießt. Die einst für Berlin geprägte schmeichelhafte Bezeichnung Spree-Athen findet ihre reinste Verkörperung an diesem Ort. Ob Nofretete, Pergamon-Altar, Tilman-Riemenschneider oder Kaspar David Friedrich. Die Möglichkeiten für eine Reise durch verschiedene Epochen der Kulturgeschichte sind vielfältig und ich kann Ihnen einen Besuch auf der Museumsinsel nur empfehlen. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann abonnieren Sie doch unseren YouTube-Channel. Vielen Dank!